Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, es ist mal wieder soweit und heute auch wieder ein etwas spezielleres Video. Kein Infovideo, wie sonst immer. Denn dieses Mal ist es ein, sagen wir mal, ein kleines Jubiläumsvideo. Und zwar wurde gestern, also am 30.10. der Kanal. Es war zwei Jahre alt. Also ja, mein Lisa-Jusikern war zwei Jahre alt, gestern. Und ich mache halt jetzt erst das Video, weil ich jetzt erst die Zeit dafür hatte. Und ja, ich finde es schon krass, dass ich jetzt schon zwei Jahre dabei bin. Aber das ist halt schon krass, ne? Ja. Ich weiß eben nicht so richtig, was ich sagen soll, weil eigentlich bin ich nicht so ein Typ, der jetzt dafür Videos macht. Also dass der so wegen Jubiläumsvideos, Videos macht. Aber ich wollte trotzdem nochmal Danke sagen für dieses ein Jahr. Denn in diesem Jahr, in dem Jahr ist extrem viel passiert und ist auch extrem, ja, viel anders passiert. Zum Beispiel haben wir neue Videos gemacht, die auch extrem gut angekommen sind. Und von den Aufrufen her ist es bisher das beste Jahr. Also ich weiß, 2023 ist auch das beste YouTube-Jahr. Aber ich glaube 2024 wird noch ein besseres Jahr oder ist auch noch ein besseres Jahr, so. Und ja, wir haben mit neuen Spiele gespielt, wir haben mit neuen Leuten gespielt, wir haben neue Videos gemacht, die extrem gut angekommen sind. Und dafür erstmal ein großes Dankeschön. Und ja, zwei Jahre ist schon eine lange Zeit. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, dass ich mein erstes Video erstellt habe. So schnell vergeht die Zeit. Ich kann das eines sagen, es wird nicht besser in nächster Zeit. Irgendwann mal kommt dann die nächste Zeit, wo es dann drei Jahre sein wird oder so. Ja, und eigentlich war es das jetzt schon eigentlich mit diesem Video. Noch eine kurze Information. Morgen, also je nachdem, ist hauptsächlich das Video am 31. Oktober nochmal alle froh. Happy Halloween, denn heute ist ja Halloween am 31. Oktober. Ja, es wird kein richtiges Special kommen, aber ich bin ja auch nicht so im Hype an Halloween. Ich spiele höchstens ein paar Spiele, Robotspiele, Vorhandelspiele, die aktuelles Halloween-Thema haben. Aber ich bin nicht so der größte Halloween-Typ. Aber, was ich noch was anderes sagen kann. Morgen, also am 1. November, am Freitag, habe ich frei. Ich werde da nicht während des Tages live gehen, aber wir werden von 18 Uhr bis 21 Uhr ungefähr live gehen. Denn um 20 Uhr ist das Fortnite Live Event. Denn am Samstag, also am 2. November, ist die neue Fortnite Season. Beziehungsweise morgen endet Fortnite Chapter 5. Und am Samstag, also übermorgen, sind wir dann in einer weiteren OG-Map. Dieses Mal aber in Chapter 2. Und ich freue mich schon richtig darauf. Das werde ich bestimmt auch noch streamen. Weil so eine Map ist, das ist nicht immer möglich, dass man das nochmal so sieht. Äh, ja. Das werde ich morgen live spielen. Also nicht, also jetzt morgen erstmal das Live Event. Eventuell übermorgen auch noch die neue Season. Ich freue mich morgen auf euch, wenn ihr dabei seid. Morgen wird auf jeden Fall das Live Event gespielt. Und eventuell noch ein paar letzte Battle-Jahrrunden in der Chapter 5 mehr gespielt. Also seid morgen auf jeden Fall dabei. Bis dann. Und viel Spaß jetzt noch an dem Tag, was ihr heute noch macht. Ich denke einige machen vieles ja noch an Halloween. Also viel Spaß euch damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.